Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, schau mal, wir sind heute wieder bei unserem Hotel. Und beim letzten Mal haben wir einfach einen Lügendetektortest gemacht. Und du hast ganz gut abgeschnitten. Du hast zwar dem Tester gesagt, dass du seine Haare anscheinend nicht schön findest und dass du auch mal ein bisschen geflunkert hast in der letzten Zeit. Aber auf die Frage, ob du der echte Epic bist, meint er, dass es alles stimmt, was du da sagst. Deswegen, ja, ich vertraue dir mal. Am Ende meint er einfach, dass es nicht zu 100% stimmen könnte. Das hat aber auch zu 100% gestimmt. Ja, wir haben immer noch das Problem, dass unserer anderer Epic sozusagen fehlt. Wir haben hier im Meer eine Hose gefunden. Epics Hose stand da auch. Aber keinen zweiten Epic. Das ist nicht meine. Und die andere Katta ist mega böse auf uns. Sie hat gesagt, dass wir dran schuld sind, dass der irgendwie gefressen wurde. Vielleicht, vielleicht wurde er auch nicht gefressen. Wer weiß das schon. So, ich würde sagen, am Anfang gucken wir trotzdem erstmal, was hier so bei uns ansteht. Vielleicht gibt es irgendwas Neues. Und, wie war der Test? Alles so, wie es sein soll. Also, der Lügendetektortest war gut. Ja. Das ist alles, wie es sein soll. Also, jetzt nicht irgendwie was, ja, Beunruhigendes ist da rausgekommen oder so. Gut. Also, ich habe ein paar Beschwerden erhalten. Oh, dass es beim Alien sehr schlimm aussehen würde. Könnt ihr dort sauber machen? Oh, nee. Was macht denn das Alien da? Oh, nein. Was ist da los? Okay. Erstmal sauber machen. Ist da Dreck auf der Insel? Überall? Am Strand? Oh, nein. Auch im Eigensbereich hier vorne. Was hat das Alien denn hier gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das hat anscheinend Schlammparty oder irgendwie Sonstiges. Na gut. Ja, das Alien wohnt ja auch immer noch im Sonnestier, muss man sagen. Stimmt. Aber dafür konnte er uns ja damals mit dem Meteoriten helfen. Okay, wir machen jetzt erstmal überall die Erde und den Dreck weg. Und, oh, nein. Vor allem, wie unangenehm. Es haben sich sogar schon Leute beschwert. Oh, nein. Das ist absolut nicht gut. Das smüffelt ja auch, ja. Oh, nein. Okay, das kommt weg. Oh, hier drin ja auch. Oh, Alien. Ich gehe mal ganz kurz. Alien. Ich gehe mal ins Badezimmer kurz runter. Was macht der denn hier? Badezimmer ist auch überall dreckig. Ja, überall. Wie gesagt, sogar am Strand einfach. Das kommt aber alles weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt hier weg. Okay, also. Und wenn wir fertig damit sind, können wir auch nochmal vielleicht nachfragen, ob der Hai nochmal gesehen wurde. Stimmt. Guck mal, hier haben wir noch ein ganz kleines bisschen Dreck. Oh, hier ist es auch auf der Palette. Ist überall. Ja, es ist hinterm Whirlpool. Wir haben hier hinterm Haus noch was. Sieht das jetzt gut aus? Es müsste alles gewesen sein, glaube ich. Mhm, das ist fast ein Stack-Track gewesen. Stimmt, ich habe auch nochmal 19. Oh Gott. Oh Gott. Alles paletti. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und oben. Hey. Bitteschön. Alien ist sehr lieb, wenn du ein bisschen deinen Konsum mit Erde einschränkst. Ist doch sehr super. Ja, also. Gibt es hier noch was? Ne. Sieht alles gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir bei Elm nochmal nachfragen, fragen wir bei der Rezeption, ob das jetzt erstmal das war, was wir für heute erledigen müssen. Und dann gucken wir mal, ob der Hai nochmal gesichtet wurde. Oh. Und er sagt sogar, jetzt möchte Elm noch ganz ruhig mit euch reden. Ihr sollt euch beeilen. Das ist sogar hier. Also unser Rettungsschwimmer. Oh, Rien. Es regnet. Schnell durch. Also, was gibt es denn? Hey, ich wollte mit euch reden. Ich sehe am Horizont so etwas schwimmen. Seht ihr das auch? Ich glaube. Epic. Tatsächlich. Das ist der andere Epic. Was ist da los? Der winkt uns. Siehst du das auch? Moment mal. Ist das Epic? Aber welcher Epic? Nicht der richtige Epic auf jeden Fall. Er schwimmt da einfach. Aber Epic. Epic. Ich sehe Epic. Er hat seine Hose auf jeden Fall an. Also, ich glaube. Ist das der? Ja, also, es gibt ja jetzt nicht noch einen Epic, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist da los? Er kommt einfach angeschwommen. Da steht er sogar. Oh mein Gott. Der kommt jetzt einfach wieder. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall der Epic von der Katta da oben sein. Ich mache ihm mal ein bisschen Platz, dass er hier mal ankommen kann. So und so und so. Also, dann hat er wieder ein bisschen Platz. Hallo. Oh mein Gott. Dem geht es gut. Du bist nicht von einem Hai gefressen worden. Oh, sehr gut. Okay, okay, okay. Das freut uns. Dann ist auf jeden Fall auch deine Katta-Freundin nicht mehr sauer auf dich. Du kannst gerne hochkommen. Er sagt, puh, geht der jetzt einfach? Ich glaube schon, tatsächlich. What? Ja gut. Dann haben wir auf jeden Fall das Thema mit dem Hai, denke ich, mal gelöst. Und er wird wahrscheinlich nicht vom Hai gefressen sein. Und er geht hoch. Perfekt. So, die kommen auch noch weg. Und ich glaube, jetzt sieht alles wieder gut aus. Das war ja seltsam. Aber ich denke, das war der andere. Naja, passt ja alles dann jetzt wieder. Ich glaube auch. Wir haben jetzt wieder unsere zwei Epics. Und dabei kann es jetzt erstmal bleiben. Ja. Okay. Und der Strand ist wieder für alle geöffnet. Und man kann wieder baden gehen. Es gibt keinen gefährlichen Hai mehr. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Aber ich glaube schon. Dann können wir mal ganz kurz an der Rezeption Bescheid geben, dass wir auf jeden Fall, ja, den Rest sozusagen auch erledigt haben. Perfekt. Ähm, Leute, erstmal konntet ihr alles regeln. Und zweitens hat mich gerade ein Epic gefragt, ob er ein Zimmer bekommen kann. Wollt ihr mich trollen? Hä, nee. Also erstmal, ja, alles geklärt. Aber du meinst bestimmt diesen anderen, da von der Kata da oben beschämt. Ich glaube nicht. Hä? Siehst du den da? Ein zweiter Epic. Ist das der andere? Warte, er sagt, hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Moment mal, ist das noch ein weiterer Epic? Nein, das ist bestimmt der andere. Warte, 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 der will uns, der will uns safe trollen. Warte, pass mal ganz kurz auf den unten auf. Ja. Ich gucke mal in der Zeit, ob der andere Epic oben ist. Der ist nämlich bestimmt nicht hier. Ah. Hä? Epic. Der ist oben. Bei der anderen Kata. Warte, 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 warte. Bedeutet das, dass es ein dritter Epic ist? Oh. Du, wir haben einen dritten. Und, oh nein, ihr seht alle gleich aus. Hallo? Ähm, ja, sollen wir ihm ein Zimmer geben? Äh, ja, ich glaube schon. Das ist ja absolut lustig. Okay, warte, 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 warte. Ich gebe dir mal einen Raum. Also, wenn da noch einer kommen würde, Epic. Und noch einer und noch einer. Zimmer, ja, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich gebe ihm kurz ein Zimmer. Warte mal unten, ob da noch einer kommt. Was ist denn da los? Hier, du kannst gerne in das Zimmer gehen. Bitte schön. Hier hast du Bad. Hier hast du, ja, ein kleines Schlafzimmer. Und oben auch ein ganz kleines Wohnzimmer. Passe ist für dich? Er sagt, danke. Ah, wie gut. Okay, ja. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du uns einfach Bescheid geben, wenn du möchtest. Katja, Katja, Katja. Ja, was denn? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, was ist denn da los? Schau mal hier vorne. Was sagt er? Ist er bei dir? Ja, da will er hier rein. Hey, der sieht einfach auch aus wie du. Und wer bist du jetzt? Willst du ein Zimmer hier haben, zufälligerweise? Er sagt auch, hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Zimmer? Epic, das ist einfach genau... Das ist alles dieselben. Warte, warte, warte. Jetzt haben wir jetzt schon drei Epics insgesamt und ich selber. Moment, Moment, Moment. Wo geht er denn hin? Hey, Epic, Epic, warte, 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 warte. Nicht da, mitkommen. Ich kann hier ein Zimmer geben. Also, das finde ich ja sehr interessant. Was, du bleibst wieder hier und guckst, ob noch mehr Epics kommen, okay? Ja, das mache ich, das mache ich. Das wird ja richtig lustig. Wir haben das ganze Hotel voller Epics. Okay, warte, 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 warte. Wenn ich jetzt... Oh, nein, nicht das Zimmer, bitte nehmen. Nein, 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 komm, 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 komm. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall noch was frei. Sorry, sorry, sorry. Und zwar kannst du gerne in das Zimmer hier. Ich lasse dir deinen Schlüssel da. Passt das? Sieht das gut aus für dich? Danke, sagt er auch. Oh Gott, was ist das denn? Ja, dann viel Spaß hier auf jeden Fall, ne? Bis dann. Ja, da ist noch einer da. Das meinst du doch nicht ernst. Das ist der andere. Warte mal, ich kann mir schon denken. Brauchst du ein Zimmer? Hey, ich bin neu hier. Nein, er sagt wirklich, hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Zimmer. Ja, Moment. Ich glaube, entweder wir werden gerade richtig krass getrollt. Ja, der sieht aus wie du, ne? Ja, tatsächlich. Wo geht er denn jetzt hin? Mit, komm, Epic, 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 komm, 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 komm. Komm, 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 ich gebe dir ein Zimmerchen. Okay, also wenn es so weitergeht, sind wir fast ausgebucht mit Epics. Warte mal, da ist einer drin. Haben wir da noch jemanden? Ja, okay, warte, du musst eins mit nach oben. Oh mein Gott, er wird Nachbar von Epic und Kata. Epic wird Nachbar von Epic und Kata. Oh Gott, was ist das denn mit dir jetzt? Also, wenn du möchtest, kannst du das große Zimmer hier haben. Ist das gut? Ich lasse dir mal den Schlüssel da. Ist natürlich ein bisschen teurer. Er sagt auch nur Danke. Oh mein Gott, ich muss ganz kurz erstmal schauen, ob wir oben überhaupt noch Zimmer haben, Epic. Oh Gott, was ist das denn? Also, oben hätten wir noch zwei Zimmer. Sind noch welche gekommen? Da ist noch einer, Kata. Nein. Er ist am Strand gerade. Am Strand? Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Will er auch ein Zimmer haben? Ich, ich weiß nicht. Wo? Sehe ich ihn am Strand hier von oben? Er sagt, hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Schick ihn nach oben, ich schick ihn nach oben. Die wollen immer dasselbe haben. Warum? Hallo? Oh, hi. Ich hole nur kurz deine Schüsse. Du kannst schon mal nach ganz oben gehen. Oh. Er sagt immer das Gleiche. Zimmer. Was ist denn da los? Zimmer. Oh Gott, was ist das denn? Hier, rechts bitte abbiegen. Ist ja dann ganz oben gegangen. Hallo? Oh, das ist so gruselig. Ähm, Epic, Epic 3, 4, 5.0 mitkommen. Ich hab dein Zimmer. Hier, da ist dein Zimmerchen. Oh nein. Viel Spaß beim Zimmer. Er sagt auch Danke. Oh mein Gott, das ist immer gleich. Sie sagen immer, hey, ich bin neu hier. Und am Ende sagen sie Danke. What? Kata, es ist noch ein weiterer da. Ich bin gerade nach unten gekommen. Warum steht da bei uns in der Rezeption drin? Warum? Woher kommen die denn noch alle? Hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Das war mir fast schon klar. Also, unser Haupthotel ist einfach ausgebucht. Und ich muss sagen, es sind fast... Nein, ich kann dir ein Zimmer geben. Hallo? Mitkommen. Also, irgendwann muss es ja aufhören, oder? Also, irgendwo muss hier doch ein Schlussstrich sein. Ich hab das Gefühl, du wurdest in der Fabrik gesteckt. Und es gibt 100.000 Kopien von dir. Wir sagen immer dasselbe. Exakt dasselbe. Wo ist er hin? Oh nein, warte, 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 warte. Er ist unten bei Herr Kaschmir bestimmt schon wieder. Hallo? Mitkommen? Ähm, Epic. Hier oben. Ja. Guck mal, ich hab einen Schlüssel. Dass sie auch wirklich immer dasselbe sagen. Ist ja mega komisch. Nein, nicht weiter. Nicht weiter. Nicht weiter. Perfekt. Okay. Hier ist dein... Oh Gott. Ist er beim anderen Epic? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Das ist so verwirrend. Hallo? Hallo? Du? Epic? Der andere Epic? Der, der das sagt Epic? Dein Zimmer ist da drüben. Dankeschön. Also heißt es, wir haben jetzt Epic neben Epic. Epic. Er sagt danke. Natürlich. Natürlich. Und unten haben wir Epic neben Epic und Katja. Und noch weiter unten haben wir Epic neben Epic neben Epic neben einem Gast. Alles klärchen. Und ich hab mir ganz kurz gedacht, ich könnte ja mal vielleicht den zweiten Epic fragen. Wenn du möchtest, kannst du auch mal hochkommen. Ja, ähm, ist unten noch einer da gewesen eigentlich? Katja, wir haben eine endlos lange Epic-Stunt-Schlange. Warte. Die ist da alles voll. Warte, ich wollte nur ganz kurz fragen. Hey, hast du vielleicht noch andere Epics hier gesehen? Es gibt andere Epics hier im Hotel. Die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, ich glaub, wenn du jetzt demnächst mal rausgehst, siehst du ganz viele. Weißt du, also, was ist denn da los? Aber ich bin doch der Einzige. Die anderen sind alle Faker, sagt er. Ah, das hilft mir nicht weiter. Also, was ist da für eine Schlange? Das sind ganz viele Epics, Katja. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Schau dir das mal an. Das sind nur Epics. Oh, guck mal hier, die Schlängeln sich bis da hinten hin. Die wollen alle in unser Hotel. Ich weiß nicht, soll ich mal mit dem Ersten sprechen? Ja. Hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Zimmer. Oh mein Gott. Sie sagen alle dasselbe, Epic. Oh nein. Sie sagen alle dasselbe. Hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Hey, ich bin neu hier. Ich benötige ein Zimmer. Ein Zimmer, Zimmer, Zimmer. What? Und die gucken uns alle auch an. Oh, was ist denn da los? Warum ist das so gruselig? Warum sagen die alle dasselbe? Zimmer, Zimmer, Zimmer. Wo kommen denn die ganzen Klone von mir her? Ich weiß es nicht, Epic. Oh mein Gott, bitte stell dich nicht bei denen rein. Nein, geh dich nicht in die Schlange stellen. Bala, ich will auch ins Hotel. Um Gottes Willen. Was ist denn da los? Und die gucken wir uns alle. Irgendwie ist das ganz schön gruselig. Das stimmt. Aber ich muss sagen, wir können denen ja nicht alle ein Zimmer geben. So viele Zimmer haben wir gar nicht mehr. Also das Haupthotel ist weg, ne? Also wir können die noch in die Villen bringen. Aber dann hört es auch irgendwann auf. Wir haben noch zwei, vier, ja so Platz für sechs Leute, glaube ich. Das sind mehr als 50 Stück. Ja, das sind mehr als 50 Stück? Ja. Und die gucken uns alle so weird an. Woher kommen die denn? Das ist doch bestimmt, irgendjemand will uns doch wirklich hier trollen. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Haben die Kostüme an? Ich weiß nicht. Und vor allen Dingen, die sagen alle dasselbe. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Hey, ich benötige ein Zimmer. Ich bin neu hier. Oh, ist das gruselig. Das ist schon echt ein bisschen gruselig hier insgesamt. Also wir könnten ein paar noch in die Villen stecken. Ich stelle mich hinten an. Um Gottes Willen. Nein, lass das. Ich kann dich nicht unterscheiden von denen. Also liebe Epics, schön, dass ihr hier seid. Ich kann euch ein paar in den Zimmer geben. Wir fangen einfach von vorne an. Epic, wir müssen einfach da mitspielen. Wir lassen ein paar wirklich hier wohnen und gucken mal, woher die kommen. Stimmt, ja. Also jeweils sechs. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs bis hierhin. Ihr bekommt alle noch ein Zimmer. Der Rest der Schlangen muss leider gehen. Ich weiß noch nicht, wohin. Und ich weiß nicht, wo ihr wohnt. Aber ihr müsst gehen. Und ihr kommt mit und ihr zieht in die Villen ein. Okay? Oh Gott, das ist gruselig. Okay, mitkommen. Also wir haben jetzt hier diese sechs Paar Epics noch untergebracht. Ich weiß nicht. Sie haben natürlich auch alle Danke gesagt. Keine Ahnung. Was ist das? Was heißt das jetzt? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Vor allen Dingen warten ja noch richtig viele vor unserem Hotel. Denkst du, die sind nicht gegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das echte Menschen sind. Vielleicht sind das auch Roboter. Vielleicht sind das auch Menschen, die verkleidet sind. Oh, es könnten Roboter sein. Oder vielleicht sind es Klone. Vielleicht hat jemand deine DNA geklaut. Ey. Aber wir haben einfach, wir sind jetzt ausgebucht, ne? Offiziell ausgebucht. Denkst du, die zahlen für die Zimmer? Ja, müssen sie ja, oder? Ich weiß nicht. Also für uns ist es an sich gut. Aber es ist halt absolut weird. Huh? Die sind, die machen alle Hayabubu hier. Die schlafen einfach alle. What? Die ganze Schlange schläft. Was ist denn da los? Ich glaube, die warten, bis ein Zimmer frei wird. Ich glaube auch. Um Gottes Willen. Jetzt sind wir einfach bei unserem Hotel. Oh Gott. Okay, Leute. Ich glaube, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben. Sieht aus wie ein Teppich. Was denkt ihr? Sind diese Epics echt? Woher kommen die? Was machen die hier? Und was wollen die von uns? Die schauen sehr echt aus. Ja, leg dich jetzt nicht dazu. Guten Tag. Oh, das ist so gruselig. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.